herzlich willkommen 7 uhr 15 am montagmorgen aus pirmasens letzte woche habe ich gar nicht gefilmt hatte keine lust irgendwie ja jetzt in alter frische geht es weiter diese woche ist mehr oder weniger schon durch geplant werde ich mich gleich noch zu äußern muss jetzt hier habe ich habe drei abladestellen erst ist hier sicher die drei fahren fünf paletten hier bei der nächsten habe ich nur eine palette und dann habe ich noch einmal all die schönen dinge zum abladen im bus genau jetzt aber wie gesagt erst mal hier an fünf paletten ab und dann geht es direkt weiter zum edeka ach so das ganze habe ich übrigens am freitag geladen bei dieser ein bude da der ein oder andere hat es in den kommentaren auch erkannt ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig mit firmennamen nennen und so da wo ich sowohl drei vier stunden gewartet habe wo man immer an der an die rampe fährt dann wieder weg dann wieder ran dann wieder weg eine riesen scheiße aber ich war diesmal war ich freitag schon um zehn uhr da habe zwar auch ich glaube insgesamt vier stunden gebraucht aber ja es ging irgendwie weil ich ja auch darauf eingestellt war aber da war so voll da war so voll dass ich zum papiere holen musste auf der bundesstraße stehen bleiben weil einfach du nirgendwo stehen bleiben konnte es nirgendwo also das ist echt sehr sehr fragwürdig da ach ja hier fällt mir doch ein mehr hat jemand der sticker geschickt ich habe mich erst gefragt wurde er meine adresse hat ich habe also praktisch meinen toll den hier in der scheibe habe habe ich jetzt mit deutschland fahren auch und in größer auch aber wenn dann eher der muss einmal überlegen ob ich den einen schönen schwedischen troll ich habe hier schwedische trolle da an der türe ob ich den wirklich weg machen soll oder nicht der am freitag noch überlegt ob ich in die waschrasse fahren soll gefühlt wirklich unspaß es regnet ja jeden tag irgendwie also es lohnt sich einfach nicht zu waschen es würde sich schon lohnen von der verschwitzung her aber ja und da habe ich gedacht wäre ich am freitag in die waschrasse gefahren weil heute morgen hat auch wieder geregnet dann sähe es jetzt wieder so aus also das ist momentan alles ein bisschen nicht so geil ja junge das ging hier aber rucki zucki der termin beim edeka ist irgendwie erst um 11 jetzt ja ich glaube in st ingbert das ist eine stunde von hier oder so maximal es ist sogar weniger als 80 kilometer also halb neun bin ich schon da genau dann fahre ich nachher eben noch das bus 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 wie auch immer da schreiben jetzt bestimmt wieder 1000 in die kommentare wie man es richtig ausspricht und dann von dort nach neuen türchen den kunde kenne ich da lade ich normalerweise dann oder da lade ich immer tk backwaren dann mit dem nach brena das werde ich aber heute nicht mehr ganz schaffen bis da hoch und da vielleicht auf dem weg da hoch ich meine ich fahre da an ein paar waschstraßen vorbei gucke ich mal dass ich vielleicht heute in lkw wasch auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt aber egal dass wenigstens mal der grobe direkt runter und ja oder morgen in brena ausladen und dann direkt dort wieder laden für die schweiz und zwar genau das ist dann die tour wo ich letztes mal die strafe bezahlt habe weil ich zu früh die strafe hochgefahren bin das mache ich natürlich diesmal gleich noch mal am besten kommt hier ein bändler genau also altis hofen heißt es glaube ich in der schweiz genau der brener altis hofen ja und dann mal gucken also die letzten male die letzten male war es ja immer so dass er nach dem ausladen in der schweiz nichts hatte ich hoffe diesmal ist es nicht so ich habe nämlich kein bock am mittwoch dann in der schweiz zu sein und wieder da irgendwie dann erst donnerstag was laden zu können ich kenne einer aus der von den zuschauern noch dcv dns mit ein dealer biz halt bar ich musste daran denken weil der kommt er singt in seinem komischen rap da der verarscht ja so dieses halt die fresse gab es doch früher von diesen rap dinger da und rap dann so dass man doch nach St. Ingbert kommen soll und so. Jetzt musst du halt dran denken, weil ich jetzt ja hier in St. Ingbert bin. Ich bin sogar St. Ingbert Mitte rausgefahren, genau über St. Ingbert Mitte. Genau dahin soll man kommen, zu DCV DNS, um sich dann mit ihm zu kloppen. Junge, 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 das läuft ja heute hier wie am Schnürchen. Jetzt noch mal eine halbe Stunde bis nach Bus, 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 Bus. Beim Aldi tue ich echt am liebsten anliefern. Da ist immer Platz, im Regelfall kannst du aufs Gelände fahren, dich da wenigstens hinstellen. Das ist kein Gestresse, die Leute sind meistens nett. Ich habe wirklich noch nie, beim Aldi noch nie, irgendwie schlechte Erfahrungen gehabt. Also ich weiß echt nicht, was mit diesen GoPros man ist, mit diesen Akkus. Die Kamera sagt, sie hat noch 30% Akku und geht einfach aus, weil sie sagt Akku ist schwach. Also entweder meine Akkus sind kaputt oder, ah ja, egal, egal. So, ich bin schon angekommen hier bei meiner Ladestelle. Ich hoffe, da ist heute nichts los. Manchmal muss man hier, manchmal ist hier ein bisschen Action. Tja, das Wetter sieht ja schon wieder aus, als ob es sich richtig lohnt in die Waschstraße zu fahren. Gut, ich meine, das ist ja noch eine halbe Stunde von hier weg Richtung Kaiserslautern. Vielleicht ist da besser. Hier geht es auch noch nicht so richtig voran, weil irgendwie meine Nummern nicht stimmen, die Ladenummern. Jetzt muss ich bis zum Einzelnen noch warten, bis er das da mit seinem Büro da abklären kann. Und der da, der war zwar vor mir da, aber irgendwie seine Ladung ist gar nicht fertig, keine Ahnung. Der steht halt noch da. Ich habe ja normalerweise nie so wirklich mal warten müssen oder irgendwas. Aber heute war ich da mal ewig gedauert. Das Allerschlimmste. Guckt raus. Guckt raus. Jetzt regnet es schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich sage mal so, lieber jetzt Regen, als wenn ich jetzt in die Waschstraße gefahren wäre und dann aus der Waschstraße rausfahre und es dann so aussieht. Hier wäre jetzt die Abfahrt zum Lkw waschen, aber das lasse ich noch nicht sein heute. Dann kommt ja vielleicht morgen oder so auf den Weg. Vielleicht irgendwo eventuell an der Waschstraße oder so, wer weiß. Dienstagmorgen aus Thüringen oder zumindest an der Grenze zu Thüringen. Ich habe hier gestern in dieser Seitenstraße noch ein kleines Parkplätzchen gefunden. Also das ist eigentlich die Warenannahme von diesem Markt hier. Also ich wollte eigentlich nach einer neuner Pause wegfahren. Also heute schon vor drei Stunden losfahren ist jetzt schon sieben oder halb sieben. Aber ich habe geguckt auf meinen Auftrag und da steht tatsächlich Laden erst ab zwölf beziehungsweise zwölf bis sechzehn Uhr. Und dann habe ich gedacht, naja, ob das jetzt so viel Sinn macht sich da um vier Uhr rauszuquälen, um dann nachher da zu sein, auszuladen und dann erst mal bis um zwölf zu warten. Ja und jetzt bin ich um halb zehn da. 9.30 Uhr plus noch eine Stunde Ausladen ist 10.30 Uhr. Ja, ich denke, das passt dann schon so einigermaßen. Das Wetter ist endlich mal wieder schön und ich habe jetzt auch schon eine Waschstraße rausgesucht, zu der ich jetzt noch fahre vor dem Endladen. Denn ich möchte, dass es nicht mehr so schön bleibt, dass es heute auf jeden Fall auch nochmal regnet. Und dafür muss ich natürlich erstmal durch die Waschstraße fahren. Ich habe es an die nächste Rampe geschafft und die haben auch schon angefangen mit Entladen, glaube ich. Ja, jetzt habe ich auch das erste Mal geguckt, aber so richtig zufrieden mit dem Waschergebnis bin ich nicht. Ich meine, von hier aus sieht es gut aus, aber ich habe relativ viele Wasserflecken. Und der hat leider auch ein paar Stellen vergessen zu müssen, was halt wenn man von Hand alles macht, gerne mal passiert. Weil man halt, wenn der Ecke wie nass ist, nicht mehr sieht, wo man schon war und wo noch nicht. Und ja, keine Ahnung, also so langsam bin ich am überlegen, ob ich einfach egal sagen soll und den einfach in Zukunft komplett auch mit den Bürsten waschen lasse. Also alles, nicht nur den Auflieger. Klar, das macht halt Kratzer rein, aber du kriegst die Kratzer sowieso rein. Also selbst wenn du nur mit der Bürste rübergehst, also mit der Handwäsche machst, selbst da kriegst du Kratzer rein, so kleine Mikrokratzer. Und ja, so langsam denke ich so, vielleicht sollte ich mich da einfach ein bisschen anstellen. Ist ja eh kein Showtruck in dem Sinne, sondern einfach mein einigermaßen gut aussehendes Nutzfahrzeug, sage ich mal so. Und da sind halt so Sachen, die hier halt einfach nicht so sauber sind. Und wenn das halt alles die Maschine macht, dann wird es halt schon sauberer. Aber gut, ja und die Keramikversiegelung bin ich jetzt auch so ein bisschen zwiegespalten. Gefühlt, gefühlt hat sie nicht so viel gebracht. Aber vielleicht bildet mir das halt auch nur einmal, wie der richtige Vergleich zu keiner Keramikversiegelung halt fehlt. Aber ja, keine Ahnung. Also das weiß ich nicht, ob ich es nochmal aufhören würde. Ich habe abgeladen und bin auch schon auf dem Weg zur Ladestelle. Und ja, ich bin jetzt schon wieder an der Ladestelle angekommen. Ich sollte irgendwie von der 15 an die 16 fahren, also eine Rampe weiter sozusagen. Weil eigentlich, eigentlich hätte ich jetzt erstmal warten müssen. Weil hier, wo ich jetzt stehe, ist die Warenannahme. Aber der Versand hat irgendwie noch zwei LKWs jetzt zum Entladen vor mir. Und dann hat er von der Warenannahme war so nett und hat gesagt, er lädt mich jetzt. Das heißt, ich musste nur von der hier rüberfahren. Und ja, so wie das jetzt hier momentan wieder aussieht, war mein Waschgang sowieso. Also ist jetzt nicht so tragisch, dass es nicht ganz so sauber geworden ist, weil ich glaube, das wird demnächst sowieso wieder regnen. Ich glaube, die sind fertig. Ich werde jetzt auch gleich den Kühler mal tanken gehen und da war es nämlich hier direkt eine AS24. Die ist praktisch, ich bin jetzt genau hier. Das heißt, ich fahre nachher hier raus und dann einmal darüber in das Gewerbegebiet. Dann mache ich den Kühler voll und Zugmaschine voll. Dann habe ich auf jeden Fall genug Diesel für den Rest von der Woche. Und ich muss auch sagen, Preis ist wieder ein bisschen günstiger geworden. Ich habe ja auch schon 1,85 bezahlt brutto. Aber das ist natürlich immer noch 1,45 habe ich ja vorher zu. Ich weiß auch, wo ich angefangen habe 2020. Da habe ich für einen Euro getankt netto. Jetzt halt 45 Cent mehr. Das Ganze hat doch einen Moment gedauert, aber ich bin immer noch gut in der Zeit. Keine Luft mehr. Ja, schaut mal, was ich da reinfahre. Schaut mal, was ich da reinfahre. Ich kriege schon die ersten Tropfen ab. Ja, und egal. Das habe ich übrigens auch noch nicht erlebt, dass mich die Bundeswehr überholt mit dem gepanzerten Iveco. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern um den Regen, in den ich gleich wieder reinkomme. Juhu. Ich habe ja gerade eine halbe Stunde Pause gemacht. Und es ist 17.50 und schon alles wieder hier zugestellt. Die andere Spur ist schon komplett voll geparkt. Und hier ja auch schon, ich würde sagen, 50 Prozent oder so ungefähr. Ihr habt ja vorhin die Raststätte gesehen. Ich mache mal wieder ein kleines Experiment. Ich meine, es bleibt einem ja sowieso nichts anderes übrig, als von der Autobahn runterzufahren um die Uhrzeit. Hier müsste ich jetzt so eine... Aber ja, guck mal, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ohne Kühler würde ich mich wahrscheinlich jetzt hier herstellen irgendwie. Aber wenn da jetzt wirklich Leute wohnen, ist das natürlich scheiße. Da würde ich auch niemand auf den Sack hier nennen. Ja, wir haben Mittwochmorgen und es geht wieder los. Mein Kühler scheint irgendwie ein Problem zu haben. Das jetzt natürlich ganz toll ist. Hier seht ihr aktiver Gleichrichter. Ja, jetzt weiß ich noch nicht, ob der noch läuft oder nicht. Keine Ahnung, jetzt kann ich ja erstmal anrufen. Ach man, ob sowas habe ich wieder so richtig. Das kann ich euch sagen. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum der so komisch läuft. Ja, also jetzt ans Telefon und dann mal gucken. Warte mal. Oh je. Jetzt scheint es ja... Jetzt ist der Alarm weg. Ich habe ja gerade mit denen telefoniert. Und entweder ich fahre jetzt nach Ulm zurück. Das sind 70 Kilometer in die falsche Richtung. Und lasse es reparieren. Oder ich warte hier bis um 7.30 Uhr. Dann kommt ein Mechaniker. Oder ich riskiere es und fahre jetzt weiter. Weil jetzt scheint das Ding ja irgendwie wieder zu funktionieren. Ach so was kotzt mich schon wieder an, wirklich. Wisst ihr, jetzt ist halt echt die Frage. Fahre ich jetzt weiter oder nicht? War das jetzt nur ein sporadischer Fehler? Und der hat irgendwie... Ja, einfach irgendwie... Ist er durcheinander gekommen? Oder ist das ein dauerhaftes Problem? Also glaube ich, ich riskiere es jetzt erstmal. Und fahre einfach mal weiter. Und im Servicefall muss ich dann halt nachher nochmal den Service rufen oder irgendwie so. Dass mir sowas halt natürlich auch passiert. Genau wann passiert ist, wenn man TK drauf hat. Jedes Mal. Bei dem Öldrucksensor mit dem Schmitz war es das gleiche Problem. Heute zur richtigen Zeit über die Straße. Guck mal da. Da stehen sie wieder. Ich glaube, die haben heute wieder kontrolliert. Ja. Einmal gucken. Es geht weiter im Text. Es ging ja heute richtig, also richtig schnell. Ich habe zwei Kaffee getrunken. Und dann war alles schon erledigt. War ich kurz vor einem Zoll. Mein Kühler läuft auch wieder irgendwie. Jetzt bin ich um 11.20 Uhr in Altishofen. Im Regelfall haben die da aber dann irgendwie bis jetzt immer Mittagspause gemacht, wenn ich angekommen bin. Das wird wahrscheinlich heute auch wieder so sein. Oder ich habe wieder 1.000 Leute vor mir und kann deswegen nicht ausladen. Also wie gesagt, die letzten Male war ich auch um so 11.30 Uhr ungefähr da. Und dann haben die mich immer erst um 13.00 Uhr, 13.30 Uhr oder so abgeladen. Und dann geht's jetzt mal an. Und dann geht's. Aber das ist jetzt schon wieder am vì viel Spaß hier. Und dann geht's mir so kurz. Und dann geht's jetzt zu Ende. Du bist der Tag. Und dann geht's dann hier um zwei. Ich mache es dir so wieder. Und dann geht's mir deinigtig. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dann ist halt jetzt wirklich die große Frage, ob das gleich klappt oder nicht. Wie steht denn da? Der einzige Kühler auf. Naja, wohl einer ist noch an der Rampe. Ja, es kommt, wie es kommen muss. 11.30 Uhr da. Und wann laden sie mich aus? 13 Uhr. Tiptop. Passt perfekt. Ich glaube, ich habe nämlich ziemlich genau eine Stunde zur Ladestelle fahren. Gucken wir mal, wie weit das weg ist. Ach Junge, echt, dieses Kühlerfahren. Das ist so langsam, nervt es mich. Es ist immer diese Scheiße mit diesen Terminen. Und der hat schon gesagt, ich kann zwar an die Rampe fahren. Ich dachte, das wäre geil, gibt mir direkt eine Rampe. Ja. Und dann sagt er ja, 13 Uhr. 13 Uhr entladen. Ist natürlich perfekt, weil ich habe von hier eine Stunde zum Fahren zur Ladestelle. Und bei der Ladestelle soll ich bis spätestens 14 Uhr sein. Bin nämlich also um 13 Uhr abladen. Dann dauert es eine halbe Stunde oder was. Dreiviertelstunde. Sie erreichen mein Ziel um 12 Uhr 24 Uhr. Und dann habe ich natürlich wieder das Problem, die Ladestelle zu schaffen. Na, der Klassiker wieder. 1,5 Stunden gewartet. 20 Minuten ausgeladen. Jetzt bin ich ungefähr 14.30 Uhr, 14.40 Uhr bei der Ladestelle da. Also, es läuft. Die andere Ladestelle ist noch 2 Kilometer weg. Das sollte ich dann also auch noch auf jeden Fall schaffen. Auflieger ist jetzt nicht ganz hundertprozentig trocken. Ich hoffe einfach mal, der macht da jetzt keinen Stress. Das war mal Turboladestelle. Ich habe aber auch keine Zollpapiere oder so gekriegt. Keine Ahnung. Das habe ich jetzt mal kurz gefragt, ob das so passt. Aber ich denke mal, die kriege ich dann nachher alle an der Grenze. Ja, jetzt einmal umdrehen. Und dann fahre ich exakt 500 Meter, glaube ich, sind das zu dem anderen. Das ist ja auch eine Ausfahrt. So, direkt in den Kreisel rein. So, wo muss ich jetzt hin? Laut meinem Auftrag kann ich bis 15 Uhr laden. Jetzt bin ich 14.59 Uhr da bei Nummer 2. Was richtig geil wäre, wäre, wenn ich da... Also, ich habe jetzt 12 Paletten hier gekriegt. Wenn ich jetzt bei der anderen Ladestelle nur so 18 Paletten oder so kriegen würde, dann brauche ich nämlich die Leerpaletten nicht in den Kasten holen. Aber so wie ich mein Glück kenne, kann ich jetzt gleich erst mal da noch umräumen. Ich kenne diese Typen auf Instagram, die so Euro Truck Simulator spielen zu Hause und sich dann immer bei den Pkw's, die computergesteuerten Pkw's so bedanken. So übertrieben, immer so. So habe ich mich gerade auch gefühlt. Was ist das? bitteschön. Oh nee, jetzt hätte ich hier rückwärts reinfahren müssen oder was? Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, also so wie es momentan aussieht, habe ich Glück, denn die haben wohl nur 13... Aua, 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 aua. Die haben wohl nur 13, 14 Paletten für mich. Das heißt, ich kann erst mal... Ach Gott, was machst du denn? Du bist jetzt hochgeschaltet, du Träumer. Oh, Junge. Ich sag's euch, das war eine Aktion gerade. Alter Schwede. Da wäre es fast besser gewesen, ich wäre hier einfach rückwärts rein gefahren, ohne Spaß. Das ist ja wie beim Mitnahmestabler fahren hier. Geschafft, 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 geschafft. Ich glaube, das war ziemlich knapp, weil die anderen, die da im Lager gearbeitet haben, die sind jetzt alle schon gegangen. Und ich war wahrscheinlich genau auf die Minute. Auf die Minute habe ich das noch geschafft. War natürlich sehr abenteuerlich hier, aber dann doch alles halb so wild. Also ich weiß nicht, was mit dieser Kamera da los ist oder dem Akku. Keine Ahnung. Ich habe ihn gefragt, ob es nicht besser wäre rückwärts rein. Wobei, wenn ich das jetzt hier sehe, ne, ist so wirklich besser. Das wahrscheinlich auch nicht. Aber ist es nicht. In der Region von der Schweiz war ich noch nie. Das ist so richtig ländlich. Abseits jeglicher Autobahn. Jetzt zwar hier rüber Richtung Zürich und so weiter. Aber das ist jetzt echt ein ganzes Stück zu fahren, bis da wieder Autobahn kommt. Aber so wie ich jetzt war es normal 10, 15 Kilometer kürzer als andersrum. Das sind halt 15 Euro in der Schweiz. Da kann ich ruhig, da kann ich ruhig ein paar Liter Diesel mehr verbrauchen, wenn es Gurkerei ist. Weil für 15 Euro, da kriege ich eine Menge, eine Menge Diesel. So viel kann ich wahrscheinlich gar nicht ausblasen zusätzlich. Donnerstagmorgen in Konstanz. Gestern alles erledigt. Ich weiß gar nicht, wo ich das Video aufgehört habe, aber ich war irgendwie ziemlich am Arsch gestern. Hab da nicht mehr gefilmt. Und ja, jetzt am Zoll. Um 7 Uhr machen die auf. Ich hoffe wirklich, das passt alles mit den Zollpapieren und sowas, weil ich ja nur die Lieferscheine gekriegt habe. Und ich bin gestern dann in Kreuztal stehen geblieben auf der Raststätte, weil ich wollte eigentlich bis zum Zoll fahren, aber ich wusste nicht, ob ich da so spät abends einen Platz kriege. Und hier in der Gegend kannst du halt nirgends stehen bleiben. Und dann habe ich da gestern in der Tankstätte noch einen Platz gefunden. Das hatte ich jetzt auch noch nie. Ich war jetzt gerade beim Zoll. Dann hat die da vom... Also Papier und so, das war richtig schnell von meinem Zollagent. Habe ich das direkt gekriegt. Das hat alles einwandfrei geklappt. Dann war ich da bei der beim Schweizer Zoll. Und dann fängt die da an mit, ja, es ist kein Anhänger angemeldet. Und ob ich einen Telepass habe? Ich sage, ja, habe ich. Ja, jetzt soll ich dir irgendwie meine Fahrzeugpapiere bringen. Also, das habe ich, wie gesagt, noch nicht erlebt. Und nicht nur die Fahrzeugpapiere. Nein, ich soll ja auch meinen Telepass bringen. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Ich glaube, ich habe das aber schon mal in irgendeiner Folge, aber ich habe es ja schon mal gezeigt. Hier gibt es nämlich so einen riesen Tunnel, um von der einen Seite auf die andere zu gehen. Ja, man kann auch oben über die Straße laufen, aber hier ist es ein bisschen sicherer. Und irgendwie meinte der Zollagent jetzt, ich soll noch mal zu Ideen, aber ich habe gar nichts von den Zollleuten jetzt wiederbekommen. Kann sein, ich laufe gleich wieder zurück und dann wieder rüber und wieder zurück und wieder rüber. Ja, und wegen meiner Mautbox, da hat sie gefragt, weil der wohl irgendwie ohne Anhänger hinterliegt war, ohne Aufleger, dass ich da ohne Aufleger die Maut gebucht hätte oder bezahlt hätte, dann habe ich die Box mitgebracht. Da sagt sie, ja, haben Sie das jetzt geändert? Ich sage, nö, ich habe gar nichts gemacht. Ich drücke ja auch an der Box nicht rum. Ich habe da eher immer 40 Tonnen und Aufleger eingestellt, weil ich ja, wenn ich im Ausland fahre, ich ja meistens mit Aufleger oder eigentlich nur. Und für Deutschland habe ich ja meine Toll-Collect. Geschafft, da war ein bisschen Diskussion, aber kann man jetzt noch durch den Tunnel und dann ab aufs Schiff, wenn das nachher klappt. Das wäre cool. Da ist jetzt dieses Faire-Terminal. Das ist hier allerdings alles ein bisschen einfacher als in England zum Beispiel oder so. Ja, dann guckt euch das an. Direkt, direkt rauf. Mein Avi bewegt sich sogar passend zum Schiff. Geil. Sehr witzig gemacht. Ja, ich habe es leider verpennt, hier zu filmen, weil ich hatte die ganze Zeit meine Papiere gemacht und jetzt bin ich ja schon drüben. Ich fahre ja nur so 10, 15 Minuten ungefähr. Ja, sorry. Tut mir leid. Aber kann ich nur empfehlen, es ist eine süße Fähre. Auf jeden Fall. Viertel nach 10 bin ich jetzt aber beim ersten Kunden. Ich schätze mal, komme ich um 11 wieder weg. Dann ist es von da bis Memmingen, das ist um die Ecke. Und dann habe ich in Memmingen auch direkt wieder eine Ladung für Pforzheim. Das heißt, heute Abend bin ich dann zu Hause. Dann fahre ich morgen von zu Hause aus nach Pforzheim. Mir wurde schon gesagt, das ist momentan wieder schwierig mit den Touren. Also Touren gibt es natürlich. Aber da muss ja auch was verdient sein. Nur ist jetzt seitdem der Kühler da schon wieder Probleme macht. Ich bin auch am überlegen, ob ich nachher nicht bei TKV doch noch vorbeifahre, dass sie sich das mal angucken. Vor allem, wenn ich nachher wieder TKV lade. Nicht, dass es dann irgendwie Probleme gibt. Erster Kunde hier in Altusried. Ich habe den noch vor mir. Der hat aber auch nur 10 Paletten oder so wie ich. Ich habe gerade schon meine Paletten alle in den Kasten geräumt, weil nachher beim TK-Laden ist natürlich ohne Tausch. Das heißt, da muss ich dann alles wieder rausräumen. Äh, hätte ich alles rausräumen müssen. Und jetzt hatte ich ja kurz Zeit. Jetzt muss ich nachher noch die 12 Paletten, die ich hier kriege, runterräumen im Kasten. Und dann wäre das auch erledigt. Oh Mann, also alles erledigt. Paletten im Kasten. Jetzt geht es weiter. Jetzt habe ich ja noch Memmingen. Dann in Memmingen abladen. Wenn das gut läuft, dann noch laden. TK-Zeug laden. Da werde ich aber wahrscheinlich eine Stunde oder so warten müssen, bis mein Auflieger kalt genug ist. So, jetzt schickt er mich wieder hier. Das verstehe ich manchmal nicht. Hier ist 15 Minuten schneller. 20 Kilometer weniger. Und er schickt mich trotzdem die längere, also die schlechtere Strecke. Wir sind schon am Entladen. Das scheint hier relativ schnell zu gehen. Ladestelle ist nur 5 Kilometer weg. Ich habe einmal hier wieder über die Autobahn. Oder sogar weniger wie 5 Kilometer. Aber 1,6 Kilometer. Ja, bloß die Straße wieder raus links und dann wieder links. Ja, aber das ist ja TK. Das heißt, ich werde wahrscheinlich da etwas warten müssen. Ich weiß nicht ganz genau, wie denen ihre Dingsbums sind wegen Vorkühlung. Ich habe es jetzt zum nächsten Kunden geschafft. Aber, also, das war jetzt seit langem mal wieder, dass die Leute richtig gut drauf sind da. Normalerweise sind ja alle immer irgendwie pissig. Das ist auch so ein Ding, was mich so echt nervt bei dem Kühlergeschäft hier. Immer diese schlechte Laune überall. Da kriegt man nämlich selber schlechte Laune. Und, ja, die haben dann erst so gesagt, oh, da musst du wahrscheinlich bis heute Abend warten. Das ist noch nicht fertig. Das ist jetzt irgendwie in dem Schockfroster, keine Ahnung. Ja, dann kam der Typ aus dem Lager und hat gesagt, nee, also eine Stunde, eine Stunde ungefähr muss ich da jetzt noch warten. Dann kann ich jetzt die nächsten Papiere mal fertig machen von der letzten Tour. Und dann, 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 dann lade ich das mal. Dann komme ich heute auf jeden Fall noch. Ich fahre dann nämlich nach Hause. Weil bevor ich mich jetzt, ich muss ja nach Pforzheim, wenn ich hier quer über die Alp fahre, dann ist das fast kein Umweg. Und, ja, bevor ich dann irgendwo da hin, hier irgendwo in der Gegend heute Abend keinen Parkplatz finde, dann lieber so. Oh, geschafft, geschafft, geschafft. Genauso wie diese Folge geschafft ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war diese Woche. Kaufmännisch gesehen, ja, tralala, so durchschnittlich, durchschnittlich. Kommt drauf an, was jetzt morgen noch kommt. Aber normalerweise lade ich ja da nur was vor für, für Montag. Mir hat ja auch jemand geschrieben auf, von der Spedition aus Worms. Die haben immer Freitags Ladung in Worms für Stuttgart, was man da montags ausladen muss. Das wäre ja eigentlich für mich ganz interessant, wenn ich da donnerstags, beziehungsweise freitags leer werde. Danke fürs Zuschauen. Ihr wisst dann, doch ich mir ein Träumchen. Macht's gut dort rein. Und wir sehen uns zur nächsten Folge dann hier wieder bei Diesel TV mit einer, ja, dann eben Überraschung. Dann werde ich euch sagen, was ich morgen geladen habe.